Moin liebe Freunde der Elektromobilität, willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Leute, kennt ihr den? Kommt ein Top-Manager eines chinesischen E-Auto-Konzerns nach Deutschland, steigt aus dem Flugzeug und sagt, jetzt sind wir wieder im Technikmuseum angekommen. Dieser Witz war zumindest die Tage in einigen Zeitungsartikeln zu lesen. Das fällt aus Sicht unserer Autohersteller mit Sicherheit unter die Kategorie schwarzer Humor. Aber die Elektromobilität, die hat es bei uns in Deutschland im Moment auch echt schwer. Alle reden hier vom Einbruch bei den Absatzzahlen und von irgendeiner verrückten Wette, die leider nicht aufgegangen ist. Die Absatzzahlen von reinen E-Autos sind in den letzten sechs Monaten in Deutschland aber tatsächlich um 16% zurückgegangen. Italien war mit minus 19% sogar noch schlechter dran. Wir schauen uns heute mal den aktuellen Markt an und vergleichen Deutschland mit dem Rest der Welt und erfahren, was ein E-Auto eigentlich können muss, damit sich die Leute wieder dafür interessieren. Und hat der Bildungsstand eventuell auch was mit der Neigung oder Abneigung, sich ein E-Auto anzuschaffen, zu tun? Das sind mit Sicherheit spannende Fragen und ebenso spannende Ergebnisse. Also unbedingt dranbleiben. Wäre das nicht eine Schlagzeile wert? Elektroautomarkt in Europa, Wachstum um mehr als 2%. Ob ihr es glaubt oder nicht, das könnte man heute exakt so schreiben und würde nicht lügen, weil es nämlich genau so ist. So was würde man positives Feedback nennen, aber stattdessen wird bei uns auf allen Kanälen von einem Absturz geredet. In Deutschland haben wir nämlich einen ziemlichen Rückgang der E-Auto-Neuzulassungen und das führt dazu, dass die ganze Mobilitätswende auf einmal komplett in Frage gestellt wird. Tesla hat hier im ersten Halbjahr einen Rückgang von mehr als 40% der Verkaufszahlen hingelegt. VW liegt bei minus 16% und Audi denkt darüber nach, das Q8 e-Tron-Werk in Belgien wegen Absatzproblemen dicht zu machen. Mercedes will die eigentlich neu geplante E-Auto-Plattform einstampfen und stattdessen lieber wieder auf eine Mischplattform setzen. Und natürlich sind solche Meldungen auch wieder Wasser auf die Mühlen der Stammtische und E-Auto-Berufskritiker. Grüße gehen raus an Walter Röhrl und Kai Ebel. Vielleicht ist der Abgesang aber doch ein wenig zu früh, denn es ist natürlich mitnichten so, dass plötzlich niemand mehr E-Autos kauft. Von Januar bis Juni wurden rund 200.000 Stück allein bei uns in Deutschland abgesetzt. Und die Prognose für das ganze Jahr beläuft sich auf immerhin 451.000 Stück. Aber ja, das ist deutlich weniger als letztes Jahr. Die absoluten Zahlen hier, die ich nenne für Deutschland, die weichen übrigens leicht von den KBA-Zahlen ab, also KBA, Kraftfahrtbundesamt. Denn für Januar bis Juni verzeichnete das KBA rund 185.000 Autos, der ACEA aber eben knapp 200.000. Das liegt daran, dass die ACEA-Werte Verkaufszahlen sind und die Zahlen des KBA nur Zulassungszahlen. Also nur, falls ihr euch wundert. ACEA ist übrigens der Verband der europäischen Autohersteller. Also die müssen es ja eigentlich wissen. Man kann es nicht übersehen, das starke E-Auto-Wachstum, was wir die letzten Jahre hatten, ist bei uns eingebrochen. Allerdings hatten das so gut wie alle Experten und zum Beispiel auch der VDA nach der Einstellung der Umweltprämie Ende 2023 auch genau so vorhergesagt. Der VDA hat sogar fast auf das Prozent genau diesen Einbruch vorausgesehen. Was sie aber auch vorhergesagt haben, das ist, dass sich nach dem Einbruch die Nachfrage 2025 wieder erholen wird. Und da dürfen wir also gespannt sein, ob das auch wirklich so kommt. Schreibt mir doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. In Frankreich verzeichnet man dieses Jahr übrigens ein stattliches Plus von 23 Prozent. In Großbritannien und den Niederlanden plus 10 Prozent und Belgien satte 47 Prozent. Insgesamt ist der Markt in Europa bis Juni um zwei Prozent auf circa 850.000 verkaufte E-Autos angestiegen. Der Anteil der batterieelektrischen Autos am Gesamtvolumen lag europaweit bei 13,1 Prozent. Zum Vergleich in Deutschland, da lag er bei 12 Prozent. Dass Frankreich so gut abschneidet, liegt wohl unter anderem an der dort bestehenden Förderung. Denn da bekommt man aktuell beim Kauf eines E-Autos bis zu 7.000 Euro vom Staat. Böse Zungen reden dabei von der Stellantis-Prämie. Ja und im Gegensatz dazu, da hat man dann in Deutschland bei seinen explodierten Stromkosten mit billigem Atomstrom auch einen erheblichen Kostenvorteil bei den Betriebskosten. Der Erfolg vom E-Auto, das hängt eben in allen Ländern auch von den Kosten ab und natürlich auch von einer Förderung, wie wir gerade in Frankreich deutlich sehen können. In Deutschland, da wurde der Umweltbonus bekanntlich im Dezember sehr kurzfristig gestrichen. Und die Preise für den öffentlichen Ladestrom, ja, die bewegen sich bei uns ja auch eher so im Bereich des Wuchers. Ähnlich geht's dann wohl auch den Italienern, denn dort hat die Regierung zwar erst eine Förderung angekündigt, aber bis heute gibt's sie noch nicht in der Praxis. Und die rechte Regierung überlegt sie sogar wieder ganz zu kippen. Also beste Voraussetzung, um Kunden und Hersteller zu verunsichern. Also Italienhersteller kann ja nur Fiat sein. Gibt es also jetzt einen echten nachhaltigen Einbruch bei der Elektromobilität? Ich glaube ziemlich sicher, dass 2025 der Elektroautoabsatz so wie vorhergesagt auf jeden Fall wieder anziehen dürfte. Alleine schon, weil dann strengere CO2-Flotten-Grenzwerte gelten. Wenn also nächstes Jahr die Absätze weiter geringer ausfallen, dann müssen die Hersteller also entweder die Preise senken, und das kommt uns wieder allen zugute, oder eben empfindliche Strafen an die EU zahlen. Die Unternehmensberatung Horvath hat gerade eine Studie veröffentlicht, in der es darum geht, was die Menschen von einem E-Auto erwarten, damit sie es dann auch kaufen würden. Und die Bereitschaft, sich beim nächsten Autokauf ein E-Auto zuzulegen, die steigt interessanterweise in den letzten zwölf Monaten fast überall an. Also die Bereitschaft scheint da zu sein, nur tun es die Leute bisher nicht. Europaweit ist die Kaufbereitschaft von 17% im April 2023 auf 45% im April 2024 angestiegen. Und sogar in Deutschland ist sie von knapp 17% auf 30% gestiegen. Bei dem aktuellen Gegenwind für E-Autos bei uns wundert mich das tatsächlich ein bisschen. Also, was erwarten die Kunden von einem Elektroauto? Das sind auf jeden Fall mehrere Aspekte. Ganz vorne dabei ist die Reichweite. Zum Zweiten natürlich eine angemessene Ladegeschwindigkeit und natürlich auch wichtig der Anschaffungspreis und die laufenden Betriebskosten. So ein E-Auto 2.0, das muss laut der Studie folgende Eigenschaften haben, damit es für die Mehrheit wieder interessant wird. Erstens eine reale Reichweite von mehr als 400 Kilometer. Zweitens eine Ladegeschwindigkeit, die in maximal 20 Minuten 250 bis 350 Kilometer Reichweite generiert. Und drittens ein erschwinglicher Preis. Und der sollte auf jeden Fall für die meisten bei unter 40.000 Euro liegen. Je weiter drunter, desto besser natürlich. Autos wie so ein Porsche Taycan, Tesla Model S, Tesla Model 3, Kia EV6, Hyundai Ioniq 6, Xpeng G6 und natürlich noch ein paar andere. Bei denen ist es so, dass die das ja schon fast erreichen. Bleiben nur noch die Kosten. Die aktuellen E-Autos, die ich gerade aufgezählt habe und auch alle anderen, die irgendwie so in die Nähe dieser Mindestanforderung kommen, das sind eben leider alles keine Sonderangebote. Und es ist auch kein Wunder, dass bei ganz vielen Leuten der Eindruck entsteht, dass E-Autos hauptsächlich von selbstständigen Akademikern und oder Eigenheimbesitzern gefahren werden. Auf jeden Fall von Leuten, die ein entsprechend hohes Einkommen haben. Erst recht, nachdem die Ampelregierung vor ein paar Wochen eine neue E-Auto-Förderung für gewerbliche Käufer angekündigt hat. Und die können dann endlich auch für E-Autos, die teurer sind als 65.000 Euro, eine Sonderabschreibung geltend machen. Und was leiten die Leute also daraus zu Recht ab? Wer heute ein E-Auto kaufen will, braucht eine entsprechend gute Ausbildung, am besten im Tech-Bereich und verdient dadurch viel Kohle, um sich das leisten zu können. Verzeiht mir kurz, dass ich jetzt ein bisschen vom eigentlichen Thema abschweife und was zum Zusammenhang von Einkommen, Ausbildung und E-Auto sage. Wer nämlich zu den unteren Einkommensgruppen gehört, der wird mir doch jetzt mit Recht den Vogel zeigen und sagen, ey, du bist lustig, ich kann mir keine teure Weiterbildung erlauben, wie soll ich denn da jemals zu einem Job kommen, mit dem ich mir ein E-Auto leisten kann? Und da schwindet die Akzeptanz für die Elektromobilität natürlich ziemlich schnell. Und sowas lese ich wirklich fast täglich in den Kommentaren unter meinen Videos. Ich selbst habe ja immer gut reden, ich habe ja auch eine IT-Ausbildung, ich bin nämlich Diplom Ingenieur Elektrotechnik und dafür habe ich drei Jahre an einer Hochschule studiert. Und ja, ich gebe es zu, ich bin ja sogar auch noch selbstständig mit einer eigenen Firma und fall da natürlich zu 100% in das Klischee. Aber zum Thema Ausbildung, da kann ich euch eins sagen, ihr müsst ja heute nicht unbedingt immer studieren. Und ich will da alle, die schon länger in einem vielleicht nicht so geilen, schlecht bezahlten Beruf arbeiten, gerne ein bisschen ermutigen, denn es gibt ja auch immer mehr Quereinsteiger. Das heißt, wenn ihr euch zum Beispiel für den IT-Bereich interessiert, also sowas wie Datenanalyse, Cyber Security oder Softwareentwicklung, dann schaut doch mal, ob ihr vielleicht für sowas wie den Bildungsgutschein in Frage kommt. Das ist nämlich auch eins der Probleme, die wir hier im Land haben, dass die Leute wahrscheinlich gar nicht wissen, was für Möglichkeiten es bei uns gibt. Es gibt bei der Agentur für Arbeit nämlich einen Bildungsgutschein, der für euch bei einer Weiterbildung, zum Beispiel über die Master School, die kompletten Studienkosten abdeckt. Um für diesen Gutschein in Frage zu kommen, da müsst ihr entweder gerade arbeitslos sein oder bald arbeitslos werden und noch ein paar andere Kriterien erfüllen. Dann müsst ihr für eure Weiterbildung komplett nichts bezahlen und könnt euch zum Beispiel mit der Master School in einem dieser IT-Bereiche kostenlos ausbilden lassen. Der deutsche Staat zahlt per Bildungsgutschein. Falls ihr übrigens Master School noch nie gehört habt, das ist ein globales Berufsschulnetzwerk und was bei denen besonders praktisch ist, die Ausbildung ist komplett online und ihr könnt das alles von zu Hause aus durchziehen. Ob das mit diesem Bildungsgutschein für euch jetzt funktionieren würde, das könnt ihr sehr leicht selbst rausfinden, wenn ihr einfach das Bewerbungsformular auf der Website von Master School ausfüllt. Die gehen dann mit euch nämlich durch das ganze weitere Verfahren durch und unterstützen euch dabei. Wenn euch sowas interessiert, ihr aber nicht genau wisst, ob das jetzt wirklich was für euch ist, dann könnt ihr auch erstmal nur in einem vierwöchigen Orientierungskurs reinschnuppern. Die Kosten dafür übernimmt dann ebenfalls das Jobcenter. Und dann gibt es noch ein kleines Goodie, wenn ihr über meinen Link unten in der Videobeschreibung den Zulassungsprozess bei der Master School abschließt und eine Weiterbildung da startet, dann bekommt ihr ein paar Airpods geschenkt. Die nächsten Kurse starten übrigens am 28. August, also das nur als kleiner Tipp für Kurzentschlossene. So, das war ein kleiner Exkurs mit ein paar Tipps für eure Weiterbildung und jetzt kommen wir nochmal zu der erwarteten Mindestreichweite beim E-Auto. Die liegt heute laut der Horvath-Studie nämlich bei mindestens 400 Kilometer und ist übrigens überall ähnlich, egal ob Europa, USA oder China. Rund 70 Prozent der potenziellen Käufer, die würden sich erst ein E-Auto zulegen, wenn diese 400 Kilometer Reichweite mindestens erreicht wird. Höchstens in China, da wären die Leute mehrheitlich mit etwas weniger zufrieden. Aber in der Praxis bedeutet das, dass über 70 Prozent des Marktes heute noch kaum bedient werden können, weil die Autos noch nicht so weit kommen. Zwar werden überall heute WLTP-Reichweiten von 500 Kilometer und mehr angegeben, aber wer meine Reichweitentests guckt, der weiß ja, dass diese Angaben im Alltag völlig unrealistisch sind. Aktuell haben die ehemaligen deutschen Technologieführer des Automobilbaus jedenfalls das Heft des Handelns komplett aus der Hand gegeben und werden irgendwie vor sich her getrieben. Marken wie Citroën mit dem EC3 und Renault mit dem R5 Electric, die bringen dieses Jahr kleine bezahlbare Elektroautos auf die Straße. Aber VW lässt seine Kunden weiter auf den ID.2 warten, der erst 2025 kommen soll, also Ende 2025. Und beim Einstiegsmodell ID.1, da dauert es noch länger. Und jetzt mal ganz im Ernst, VW-Chef Oliver Blume, der spricht bei der Entwicklung des Einstiegsmodells ID.1 von EuropeSpeed. Also das ist doch fast schon Verarsche. Aber das zeugt auch davon, dass gerade die großen Automobilkonzerne hier bei uns immer noch in alten Mustern und verkrusteten Strukturen denken. Die haben noch die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt. In China kann sogar ein Mobiltelefonkonzern ein Auto schneller entwickeln und auf den Markt bringen als ein deutscher Automobilkonzern. Und VW ist so verzweifelt, dass sie gerade 5 Milliarden Euro in eine faktische Pleitefirma investiert haben, nur um an deren Software und Elektroplattform ranzukommen. Rivian hat nämlich letztes Jahr einen Verlust von fast 3 Milliarden US-Dollar eingefahren. Und unter uns gesagt, ohne das Geld von VW, da hätten die wahrscheinlich nicht mehr lange überlebt. Das China-Tempo bei der E-Mobilität, das wird aber jetzt auch auf anderen Feldern zum Problem für die Deutschen. Der nächste große Meilenstein der Technik, das wird nämlich das autonome Fahren sein. 40% der Kunden in China glauben, dass Robo-Autos in den nächsten drei Jahren im Alltag ankommen. In den USA sind es noch 28%, aber in Europa nur 15%. Also voll die Technik-Skeptiker. Gerade erst gab es folgenden Kommentar unter einem meiner letzten Videos. Dieser allgemeine Technik-Optimismus, der schlägt sich eben auch auf die Industrie durch oder eben nicht, wie bei uns. Zögern und zaudern, statt was wagen und dadurch gewinnen. Buten und binnen, wagen und winnen. Das ist übrigens der Wahlspruch der Bremer Kaufleute aus der Hansezeit. Und das Handeln nach dieser Devise, das hat die damals sehr erfolgreich gemacht. Was meint ihr denn dazu? Wie seht ihr denn zum Beispiel die Mindestanforderung für ein E-Auto? Wenn ihr jetzt noch nicht elektrisch fahrt, was muss so ein E-Auto denn mindestens für euch können, damit das was für euch ist? Seid ihr der Meinung, dass sich nur Leute mit entsprechend guter Ausbildung oder eben die besser verdienenden E-Autos leisten können? Und glaubt ihr, dass wir hier in Europa den Zug gerade verpassen oder vielleicht schon verpasst haben? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, ich bin da sehr gespannt. Dann hoffe ich, euch hat meine kleine Analyse gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst mir ein Abo da. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.